Wer mitmacht, kann gewöhnen. Wer nicht mitmacht, hat schon verloren. Mir gefällt der Beruf besonders gut, weil es viel Abwechslung bietet. Weil man das Auto als Ganzes reparieren und warten muss. Und somit auch in allen Systemen vertraut sein. Mein Arbeitgeber ist der Alte in Nesslau, eine Nutzfahrzeuggarage. Und die Unterstützung ist mir sehr wichtig, weil sie mir flexible Arbeitszeiten bietet. Und er erlaubt mir somit auch eine individuelle und gute Vorbereitung. Mein Experte ist der Flavio Helferstein. Er ging selber an die WM vor 8 Jahren und wurde sogar Weltmeister. Im Moment arbeite ich bei ihm zwei Monate. Das ist auch sehr hilfreich, weil wenn ich eine Frage habe, komme ich von ihm eine WM-spezifische Antwort. Für die Vorbereitung auf Kasan investiere ich 24 Stunden an sieben Tagen. Weil auch wenn man im Bett liegt oder wenn man normal am Arbeiten ist, denkt man an Kasan und überlegt sich, was man optimieren kann, wie es weitergeht und was die nächsten Schritte sind. Ich freue mich sehr auf Kasan. Es ist mir eine grosse Ehre, dass ich die Schweiz vertreten darf. Mein Ziel ist die Goldmedaille. Ich bin Damian Schmid. Ich komme aus Nesslau im Toggenburg. Und ich vertrete die Schweiz Kasan als Automobiltechniker. Ich bin Damian Schmid. Ich bin Damian Schmid. Ich bin der